Moin Leute, wir kommen zu meinem ersten Let's Play Minecraft und ja, ich habe diese Welt hier gerade frisch erstellt. Ich kenne mich ein bisschen aus mit Minecraft, aber auch noch nicht so viel. Und ja, ich würde sagen, wir legen mal los. Als erstes weiß ich, dass man Holz braucht. Ich glaube, ich habe es zu leise gemacht, ich mache es kurz mal lauter. Okay, ich würde sagen, wir bauen diesen Baum ab, bis wir zehn Holz haben. Und wir haben jetzt zehn. Und ja, ich würde sagen, wir machen das. Und das ist ja, wir machen das. Und das ist ja, wir machen das. Soll ich einen Baum machen, ich weiß nicht, was weiß ich. Axt und Spitzhacke. So, 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 so. Okay, jetzt brauchen wir Stein oder den Schafen. Okay, dann mache ich mir doch einen Schmerz, weil ich weiß, dass man mit Schafen, davon bekommt man Wolle und dann kann man ein Bett machen. So, so, na. Jetzt haben wir eine Beobenskarte an und die Macht einfach noch einen Bach. Das wird also schon Geld geben. Okay, dann machen wir ihn auf. Dann machen wir ihn da an. Das geht'schern. Okay, dann machen wir. Das geht'schern. Es geht'schern. Okay. Oh, ein Babyspein. Oh, wie süß. Ah, nicht da reinfallen. Oh, noch ein Schaf. So, Leute. Ich hab noch keinen Stein gefunden. Ihr könnt mich auch einfach runterkommen. Wir haben schon drei Wolle. Das heißt, ein Bett. Das ist gut. Ich such mal einen Platz, wo es frei ist. Wo wir ein kleines Haus bauen können. Und von Folge nach Folge werden wir ihn immer erweitern. Würde ich mal sagen. Ich glaube, hier ist gut. Ja. Oh, neben mir und ein Bienennest. Oh, hier ist das perfekte Platz. Um ein Haus zu bauen. Dann baue ich mal ab. Hier auch. Hier auch. Hier auch. Hier auch. Ich fang mal ab. Ich fang mal an mit dem Haus mit dem Haus. Ein, venta, kjöfaða. Ich mach ein Betz. Betrar ist noch. Und ist ein Betz. Ups. Ja. Ei, ja, ja, ja. Ein Fass. Ein Kompostierer. Das mach ich mal nicht. Dann, hier kommt dann direkt das Stück. Das heißt, ich mach mal so. Dann kommt hier sowas. Die Türen kommen hier. Ja. So dann. Ne, ne. Ich will erst anders. So. Ja. Dann am Eck. Ne. Abbauen. Und dahin. So, Leute. Okay. Das waren wir schon. Dann, ich würde sagen, wir brauchen mehr Holz. Ja. Leute. Brauchten wir auch Birkenholz? Ich glaube eher nicht. Nein. Okay. Okay. Ich werde jetzt noch ein bisschen Holz farmen. So, Leute. Ich habe schon ein bisschen Holz gefarmt. Und ich wandle das mal um. So. So. Dann machen wir hier so. Dann so. Und noch einmal so. Und dann hier so. So. Hier, 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 hier. Warte, wie lange? Eins, zwei draußen. Eins, zwei. Und nach innen. Und wir einfach unser komplettes Holz. So. 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 Und so. Dann baue ich das hier ab. So. So. Mhm. Dann hier. Okay. Es fehlt uns ein Stück Holz. So. Was haben wir? Dann würde ich sagen. Ah, nee. Ähm. Wir nehmen das hier runter. Wir machen so kaputt. Und dann machen wir so. Bis hier. Und dann noch eins höher. So. 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 Letzten. So. Wir brauchen noch ein bisschen Holz. Letzten. Aber. Ich würde es sagen. Leute. Das war es mit dieser Folge. Den Rest machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe. Diese Folge hat euch gefallen. Und ja. Tschö. .